Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Fangen wir erstmal an, hier wieder mit Mamas Alt-Muchigabens-Chatulle. Also da haben wir den Mythic Stan am Start, Mythic Stan, eine Farmable, die man auch über die Super Epic Stones bekommen kann. Jetzt ist eine neue Tirebox da, die Whip Tirebox oder VIP Tirebox mit VIP Crews, Daughtery, Chateau, Linda Belscher, 300 Dollar Haircut, Sackzentmünzen und Steve Smith. Sowie hier Country Club Steve, Carter, Pewterschmidt und diesen anderen beiden, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. So, VIP Crews kriegen wir hoch auf 8,41 und mit dem momentanen BGE, ja, ist es zumindest mal, sage ich mal, hier im defensiven Bereich recht stark. Wir gehen in die Gegenstände rein. Leider kann man das jetzt hier nicht so genau sehen, was das jetzt ist. Das ist wieder mal so ein Fehler. Kongregate kriegt das irgendwie nicht so wirklich in den Griff, aber na gut. Also wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Das ist VIP Crews. Als allererstes die Combo-Möglichkeit, die man hier bekommen kann. Dann gucken wir mal hier rein, was das ist. Das ist diese hier mit einer Linda. Und da hätten wir zum einen die Powterschmidt. Ich kann es nicht genau lesen. Keine Ahnung. Also dann haben wir Carter, Pewterschmidt. Rusty, Mr. Fischöder. Mr. Fischöder nochmal in Mythic. Daughtery, Chateau. 300 Dollar Haircut, Crack Mansion, Bag of Nichols und da unten mit dem Golden Turd. Und auf der rechten Seite kommt dann eben was raus hier mit. Könnten wir ja eigentlich mal maxen. Da können wir mal schauen, wie stark die dann wird. Hier mit 16-fach Bodyguard, mit einer Mauer und mit alle Lämen. Das ist ziemlich geil. Also was heißt ziemlich geil? Also auf jeden Fall 11-fach Cripple All ist sehr stark. Dann hast du die Mauer, Bodyguard kannst du immer gut gebrauchen. Ach Bodyguard. Hijack kannst du immer gut gebrauchen. Was erzähle ich hier? Ja, auf jeden Fall eine gute Combo. Dann haben wir Count of Monty Halls. Auch diese Combo schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Da haben wir zum einen einen Stewie. Und dann haben wir auch wieder diese ganzen Pewterschmidt und Carter Pewterschmidt und Rusty und Mr. Fischöder. So wie eben Daughtery Chateau. 300 Dollar Haircut. Auf der rechten Seite kommt hier Blutsauger raus. Wir gehen jetzt mal dorthin. Blutsauger und Revanche und Cheers. 23 Angriff, 71 Leben. Da oben natürlich mit Mr. Fischöder, 79 Leben. Ist auch eine etwas defensivere Combo. Die Revanche haut natürlich rein. Mit dem Blutsauger bist du kaum klein zu bekommen. Ist jetzt nicht so die geilste Combo von denen hier. Aber ist auf jeden Fall effektiv. Dann haben wir den Swat Bob. Und der Swat Bob ist dieser hier. Und Swat Bob ist natürlich eine Marke hier. Hier alleine schon. Guckt euch das an. Ein Bob und ein Pewterschmidt. Können wir mal hier maxen. Dann hast du hier schon 27er Mauer und 27 Heilen. Das ist schon richtig crazy. Und wir gehen jetzt mal runter direkt zum Mythic Bob und schauen mal, wie es da aussieht. Also Mythic Bob. Hier 36, 36. Das sind Werte. Davon träumst du nur. Also hier Pewterschmidt, Carter Pewterschmidt, Rusty, Mr. Fischöder, Daughtery Chateau, 300 Dollar, Haircut, dann aber Crack Mansion, Golden Turd und Bag of Nickels. Und das ist natürlich schon mega, 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 mega geil. So, auf jeden Fall von Rumble ziemlich cool. Country Club Steve, den schauen wir uns jetzt auch an. Das ist dieser hier. Den können wir jetzt auch gleich schon maxen. Wir haben ja dann die legendäre Version, den Steve Smith. Hier wieder mit Pewterschmidt und Carter Pewterschmidt und Rusty und Mr. Fischöder und Daughtery Chateau und 300 Dollar Haircut und Crack Mansion. Und auf der rechten Seite kommt raus, motivieren, davon 15 und Bodyguard, 15 und heilen. Jo, definitiv auch wieder. Es sind alles so mehr defensive Karten hier, defensive Kombos. Aber gut. Fake Sun Jean. Auch den schauen wir uns jetzt mal an. Fake Sun Jean können wir uns schon vorstellen. Das ist ein Eugene Belcher. Auch natürlich, aber jetzt kommen wir schon in den offensiveren Bereich. Pewterschmidt, Carter Pewterschmidt, Rusty, Mr. Fischöder, auch in der Mythic-Version. Daughtery Chateau, 300 Dollar Haircut und Crack Mansion. Und da haben wir hier auf der rechten Seite 13-fach berauscht zum Beispiel. 25-fach Lämen und 28 Stoß durch die Wand. 22 Angriffen, 79 Leben. Das sage ich mal lohnt sich, wenn wir jetzt hier noch das Cheers mit drauf rechnen. Wow, da kriegen wir schon gleich ganz gute Werte hin. Und da noch mal 10% drauf oder 20% drauf. Das könnte auf jeden Fall interessant sein. So, als letztes haben wir da noch Amy's Talking Tattoo. Auch die schauen wir uns jetzt an. Das ist genau diese hier. Da können wir die Dr. Amy Wong. Das ist auch eine legendäre Karte. Gucken wir mal. Hier können wir maxen. Pewterschmidt, Carter Pewterschmidt, Rusty, Mr. Fischöder, Daughtery Chateau, 300 Dollar Haircut. Ja, geht auch hier mal mit dem Golden Turd und Bag of Nickels. Und dann haben wir hier Blutsauger. 23 an der Zahl. 21 Angriff und 14 Angriffspunkte. Wenn eine Combo gespielt wird, kriegst du auf die hier mit drauf. Das heißt, wenn du eine Combo spielst, hast du dann 35 Angriff zum Beispiel. Ja, Karte ist schwer klein zu bekommen wegen den 23 Blutsauger und mit vielen Leben, 71 Leben. Das heißt also, hier muss man schon ganz schön hart rangehen, um die loszuwerden. Amys Tattoo. Dann kommt natürlich jetzt noch mit hinzu, dass du jetzt hier natürlich auch noch die Werte vom BGE hast. Also die ist aktuell fast unkaputtbar. So, dann wären wir hier auch schon. Naja, wir müssen jetzt hier nochmal reinschauen. Wir gucken mal hier. Hier gibt es dann diese Country Club Steve. Die können wir ja mal hochmaxen. Wir können mal schauen, was da für Werte bei rauskommen. Dann hätten wir 12,46 und das ist natürlich schon nice. Mit dem Cheers hätten wir dann 18 und dann hätten wir noch das Schild. Das wären hier 23 Schild. Wow. Ist schon echt nicht schlecht. Du hast Motivieren, du hast Bodyguard. Ist cool. So, hier haben wir legendäre Steine, 600 bis zu 700 Gems ausgeben, 600 legendäre Steine. Das ist schon fast eine Letchie zusammen. Dann hast du hier drei Pulls aus dem Pool. Du hast zweimal den Level 1 Country Club Steve. Und du hast sechs Forschungsbeschleuniger. Ah, acht Stunden plus 300 Gigibats. Also ist auf jeden Fall einen Pull wert. Die erste Level 1 legendäre kriegst du hier im Tire 3. Und ab Tire 5 geht es dann los mit VIP Cruise. Das ist die legendäre Pre-Combo wieder mal. Ja. Wird dann aber schon relativ teuer. Die Mac Tire Box, die ist wieder unten verlinkt in der Beschreibung. Macs in Charge. Townlandry Baseball Team. Himalayan Observatory. Mac Griffin Cuddles und Chinchilla Addict Wayne. Plus die Playlist Macs, Stamps & Seeds und so weiter. Plus diese ganzen Kombos hier. Wenn dich das genauer interessiert, guckst du bitte mal unten in die Beschreibung rein. Da ist der Link zu dieser Mac Tire Box auf jeden Fall drin. Wir haben den Mythic Roger. Das Mythic Roger Pack mit Eggnog Roger, Daughtery, Chateau, Sackzentmünzen und Philipp J. Frey. Sowie den Mushu und Master Robert. Auf jeden Fall auch interessant. So und dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt. Hier haben wir als allererstes Catcher Luen. Das ist diese Kombo hier. Eine Sportkombo mit einer Luenbladder. Gehen wir mal gleich auf Maxen. Luenbladder hier. Mit einer Blurz Ball. Dann hast du eine Mauer und hast du Cheers auf der rechten Seite. Dann hast du die Death Ball und die Stingers. Das ist aber ganz ehrlich nicht so krass, dass man dafür jetzt 500 Gems austeilen sollte. So, dann haben wir den Gene It On oder auch den Gene Leader. Hier gehen wir mal runter zum Eugene Belcher in der legendären Version. Tom Landry Middle School. Da haben wir dann motivieren, Cheers und Stoß durch die Mauer. 26 Angriff, 61 Leben. Hier auch wieder mit der James Woods High School. Zehnfach motivieren, 20 Fach, Cheers und 20 am Stoß durch die Mauer. 21 Angriff, 67 Leben. Ja, also letzten Endes wir motivieren die rechte und die linke Karte mit 10 Angriffspunkten und eine andere bekommt noch 20 Angriffspunkte mit hinzu. Das heißt, alleine der Gene Leader verteilt schon mal 40 Angriffspunkte an andere Karten. So, plus er hat selber 21. Das ist interessant und schon mal gar nicht so schlecht. Würde ich 500 Gems für ausgeben? Eher nicht. Anders sieht es jetzt aus hier mit dem Drunk Fry. Wir haben ja momentan nach wie vor den Drunk BGE und Drunk wird immer mal wieder kommen. Wir haben das eben auch irgendwo beim Siege. Also, wir gehen jetzt mal runter zum Fry. Hier der Philip J. Fry mit Drunk Karten. Hier mit der Powtucket Patriot Ale beispielsweise. Mit Absinthe. Hier mit der Personalized Beer Muck. Dann haben wir hier mit Welcome Mojitos. Und dann kommt auf der rechten Seite eine Karte raus, die ich auch des Öfteren schon gespielt habe. Wir haben hier zum Beispiel 25 Angriff und 13-fach berauscht. Das ist auf jeden Fall jetzt momentan, also ich weiß noch, also der Drunk Fry hat ja bei mir eine ganz besondere Geschichte. Das muss man schon sagen. Drunk Fry, also früher war es so gewesen, bei diesen Challenges gab es dann nicht Challenge Coins, sondern es gab solche Super Epics zu gewinnen. Dann musstest du dann eine gewisse Punktzahl erreichen oder eine bestimmte Levelzahl. Und es war einfach nur krass, weil der Drunk Fry war einer der ersten. Und da war ich eben auch noch nicht so stark. Und ja, da war ich nicht in der Lage, diesen Drunk Fry mir zu erspielen. Denn heute gibt es den in der legendären Version, ich war auch damals mega gefrustet deswegen, kann mir so in etwa vorstellen, wie das dann den Leuten geht, die dann diese ganzen Clashes sehen und was es da zu holen gibt und so. Und hier jetzt den Drunk Fry mit, ja, berauscht, mit einem Schild. Das Ding kann schon ein Match entscheiden, vor allem jetzt momentan aktuell beim Drunk BGE. Ja, müsst ihr euch überlegen, muss jeder selber wissen, ob er jetzt da ein Tausender reinballern will oder nicht. Ich mache es. Ja, ich werde mir den jetzt holen. Einmal zumindest. Ich habe hier gar nicht mehr so viele Steine hier. Einmal hole ich mir der Teil auf jeden Fall. So, und dann gehen wir auch schon rüber zur letzten Kombo für heute. Das ist die Server Luan. Und das ist hier diese da. Da gehen wir wieder runter zur Luan Platter. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite eine Karte, die mit, ja, am besten mit Bob's Burgers noch gemacht wird, weil es die einzige Epic ist, die da, ja, diese Kombo macht. Und dann aber auf der rechten Seite heilen und Stoß durch die Mauer ist aber völliger Käse. Also das Ding braucht man auf jeden Fall nicht. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Und mit mir den Mann gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.